Freunde, ich freue mich. Ich freue mich. Darf keine Gardinen aufhängen, sonst wickelt sich die Nabelschnur um den Hals. Bauchspitz gleich Junge, Bauchhund gleich Mädchen. Wenn man sich irgendwo stößt, bekommt das Baby einen blauen Fleck. Sodbrennen, dann hat das Baby viele Haare. Schwangerschaftsmythen. Es gibt viele Mythen da draußen während der Schwangerschaft. Und das sollte eigentlich so ein Jux-Video werden, so wie ich es ab und zu mal gerne mache. Aber es ist tatsächlich auch mit einem medizinischen Hintergrund. Und es gibt ja wirklich viele Mythen, wo manche gar nicht so richtig wissen, ist da eigentlich was dran? Oder ist da nichts dran? Das kennen wir heute in diesem Video. Wenn man rechts schläft, wird es ein Mädchen. Und tatsächlich, also wenn man nochmal zurück an den Biologieunterricht in Klasse, weiß ich nicht, Klasse 6 oder so denkt. Dann weiß man ja, wenn die Eizelle und das Spermium sich verbinden, der genetische Pool der Eizelle und der genetische Pool des Spermiums, dann steht das Geschlecht fest. Und nicht danach, weil man rechts, links schläft oder auf dem Kopf schläft. Keine Ahnung. Nein. Dieser Mythos ist leider falsch. Du kannst schlafen, wie du willst. Das Geschlecht steht schon fest. Du kannst es im Nachhinein nicht mehr beeinflussen. Es ist nicht so, dass wenn du links liegst, dass dann da was abfällt beim Jungen zum Beispiel. Oder andersrum, dass da was wächst. Spitzer Bauch und runder Bauch. Ich glaube, beim Spitzenbauch soll es ja so sein, dass es dann ein Junge wird und beim runden Bauch ein Mädchen. Jetzt frage ich mich, wenn man das sich anatomisch vorstellt. Da ist so eine Hautdecke, Muskelgewebe, Fettgewebe, Gebärmutter. Und darin ist dann ein Kind. Und das Kind gibt ja die Form an quasi von so einem Bauch. Wenn da ein Ellbogen rauskommt, dann ist dann ein Hubbel. Wenn da ein Fuß rauskommt, manchmal sieht man sogar so einen Fußabdruck, wenn man eine sehr dünne Hautdecke hat. Wie soll jetzt ein Junge, war das ne, ein spitzer Bauch einen Jungen darstellen? Ich kenne das morgens in der Pubertät natürlich nur noch, wenn man morgens aufgewacht ist, dass man dann ja vielleicht das Bettlaken, dass da vielleicht so ein kleines Spitzchen ist. So ist das bei den Jungs im Bauch nicht. Also das ist völliger Schwachsinn, dass man irgendwie an der Bauchform erkennen kann, welches Geschlecht das ist. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Wisst ihr, wie dick auch so eine Gebärmutter ist? Also wie dick diese Muskelschicht ist. Und dann kommt noch Fettschicht, je nachdem. Und dann kommt noch eine Hautdecke. Also weiß ich nicht. Muss das Kind da die ganze Zeit so sitzen, wenn es ein Junge ist? Damit es zeigt, es ist ein Junge. Nein, ist falsch. Sorry. Sodbrennen deutet darauf hin, dass das Kind viele Haare hat. Frage ich mich auch. Also die Haare kitzeln dann den Magen und dadurch entsteht mehr Magensäure und dadurch hat man Sodbrennen. Dieser, 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 einfach, wenn man das medizinisch angeht, dieser medizinische Hintergrund, erschließt sich mir einfach nicht. Und das ist so lustig, dass da wirklich Leute dran glauben. Also ich habe viel Sodbrennen. Ja, das muss auf jeden Fall ein Kind sein, das hat so viele Haare. Nee, bei uns in der Familie stimmt das zum Beispiel nicht. Meine Schwester hat zum Beispiel ein ziemlich haarloses Kind bekommen und hatte Megasodbrennen. Und wir wiederum haben ein sehr haariges Kind bekommen, auf dem Kopf jetzt. Und Mareike hatte eigentlich nicht so viel Sodbrennen. Leider falsch. Sorry. Wenn man Sex in der Schwangerschaft hat, bekommt das Baby Grübchen. Das ist wahr. Naja, auch bei uns kommt es vielleicht hin. Ich weiß es nicht. Nein. Hat auch eine genetische Komponente. Grübchen sind vererbt quasi. Auch generationenübergreifend. Anni zum Beispiel hat Grübchen. Weder Mareike noch ich haben Grübchen. Aber meine Mutter hat Grübchen. Ah, aber natürlich stimmt der erste Teil der Frage auch. Babys mit abstehenden Ohren können im Geburtskanal stecken bleiben. Omas Weisheiten. Das ist auch gut. Heutzutage sieht man ja auch relativ im Ultraschall schon, ob da die Ohren sehr prominent sind oder nicht. Und da kann man natürlich direkt sagen, ja, brauchen Sie einen Kaiserschnitt. Die Ohren kommen niemals durch den Geburtskanal. Wäre eine lustige Indikation für einen Kaiserschnitt. Nein, ist natürlich auch falsch. Die Ohren sind so das Egalste. Gibt es diesen Komparativ von egal? Ist das egalst an kindlicher Struktur für den Geburtskanal? Das sind knorpelige Wabbeldinger. Also die rutschen überall hin bei der Geburt. Aber sind kein Hindernis. Diese Vorstellung ist einfach so geil. Gut. Das ist herrlich, oder? Das kommt sehr oft. Mädchen nehmen der Mama die Schönheit. Die Mädchen rauben der Mama die Schönheit. Und so weiter und so fort. Jeglich. Boah, das ist schwierig zu sagen, oder? Also man sieht natürlich dann, wenn das Kind da ist und man relativ fertig ist und schlaflose Nächte hat und er absolut im Orsch ist, auf gut Deutsch, sieht man auch, glaube ich, bei einem Jungen im Wochenbett vielleicht nicht mehr so ganz top aus. Aber da kann ich sagen, es erholt sich schnell. Mareike sieht blendender aus als zuvor. 50 Euro kann es mir später geben. Natürlich schlaucht so eine Geburt und die ersten Wochen und Monate und Jahre mit Kind. Aber da ist natürlich nichts dran. Das ist auch interessant. Das haben auch sehr viele geschrieben. Irgendwas, wenn die Frau, die Mutter eine Kette trägt, dann bedeutet das, dass das Kind die Nabelschnur um den Hals hat oder sich drum wickelt. Ihr wisst gar nicht, wie viele Kinder die Nabelschnur um den Hals haben bei Geburt. Das ist sehr viel. Es sind fast 30 Prozent. Und in den wenigsten Fällen hat das irgendeine Konsequenz, irgendeine Auswirkung. Sieht man erst so bei Geburt so, oh ja, ups, da war ja die Nabelschnur um den Hals. Klar sieht man das auch manchmal, wenn man darauf achtet, im Ultraschall. Konsequenz hat das überhaupt keine. Das ist für uns so, ja, okay, wir haben es gesehen, aber es hat für die Geburt keine Konsequenz, weil es einfach so häufig vorkommt. Also ihr dürft weiter Ketten tragen. Und was habe ich noch gelesen mit Gardinen aufhängen? Ihr dürft auch Gardinen aufhängen. Die Nabelschnur wickelt sich nicht dadurch um den Hals. Auch schön. Wenn man sich als Schwangeres stark erschrickt, bekommt das Baby ein Feuermal. Stellt euch mal vor, ihr guckt dann einen Horrorfilm oder sowas. Ach du Scheiße, wie das Kind aussehen muss. Komplett voller Feuermale. Ich finde Feuermale übrigens, klar, für die Menschen, die das haben, ist das am Anfang eine Belastung, bis sie damit, glaube ich, lernen zu leben. Ich finde die schön. Ich finde hier irgendwie was Besonderes und Feuermalen. Auf der linken Seite schlafen, sonst ist das Baby unterversorgt. Ja, wo kommt dieser Mythos dann her, der nicht unbedingt einer ist? Das ist erstmalig ein Mythos, wo was Wahres dran ist. Das Vena-Cava-Kompressions-Syndrom. Das heißt, diese dicke Gebärmutter mit dicken Kind kann bei der Mutter potenziell ein Gefäß abdrücken, was zum Herzen läuft. Dann kriegt die Mutter Kreislaufprobleme. Das merkt sie relativ schnell. Dadurch ist das Kind auch ein Stück weit unterversorgt, weil die Mutter unterversorgt ist. Und das gibt es tatsächlich und das verhindert man, weil die eher auf der rechten Seite läuft, dieses Großgefäß, verhindert man das dadurch, dass man ein bisschen auf der linken Seite schläft. Wenn du aber auf dem Rücken liegst und eigentlich gar keine Einschränkung hast vom Kreislauf her, dann hast du nicht dieses Vena-Cava-Kompressions-Syndrom. Haben nicht alle Schwangere, haben nicht alle Frauen, aber ein Mythos, der nicht ganz, nicht ganz falsch ist. Schwangere müssen für zwei essen. Kennt ihr mein aller, 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 allererstes Video auf diesem Kanal? Ich schon. Ernährung in der Schwangerschaft. Und da erzähle ich auch etwas über den Mehrkalorienbedarf einer schwangeren Frau, der da ist. Zwei bis dreihundert Kalorien im letzten Drittel der Schwangerschaft. Zwei bis dreihundert Kalorien sind zwei gut reife Bananen. Viel mehr braucht die Frau, braucht das Kind nicht. Das bezieht sich auf die Kalorien. Was sich absolut ändert, ist der Mikronährstoffbedarf. Vitamine und Spurenelemente und Mineralstoffe, das ändert sich krass. Da braucht ihr wirklich, wirklich einen guten Ausgleich. Deswegen gibt es ja auch immer diese tollen Tablettchen, die man da schlucken kann. Aber man kann auch ganz viel über die Ernährung einfach machen. Guckt euch das Video, mein allererstes Video nochmal an. Ich finde es, also wenn ich das sehe, ist das qualitativ furchtbar. Aber es war halt mein erstes Video. Was erwartet ihr? Ich war nicht gefasst auf so viel Feedback. Nicht hüpfen, das schadet dem Kind. Dem Kind ist es ziemlich egal, ob du hüpfst oder nicht, weil das ist in einem Wasserkokon. Und wart ihr schon mal in einem Wasserkokon? Ja, ich auch. Ganz früher als Baby. Kann mich nicht mehr erinnern. Aber stellt euch vor, ihr seid in einem Wasserballon und jemand hüpft mit euch. Was macht denn ihr in diesem Wasserballon? Mehr macht ihr nicht. Also es ist dem Kind ziemlich egal, ob du hüpfst oder nicht. Ich glaube, der Mutter ist es noch nicht egal. Isst nicht so viel Erdbeeren, sonst kriegt das Kind rote Haare. Auch für deine Oma-Weisheit. Ich sollte das Video nennen Oma-Weisheiten. Nein, tatsächlich stimmt das nicht. Auch das ist genetisch bedingt. Du kannst die Hafer aber deines Kindes nicht beeinflussen, indem du Tomaten, Erdbeeren, rote Beete isst. Wäre aber cool, oder? Also Anni hat ja schon so einen leicht Kupferstich. Aber ich mag total rote Haare. Ich finde das total lustig, wenn Kinder rote Haare haben. Und Mareike hat übertrieben viele Erdbeeren gegessen. Ohne Scheiß. Also richtig tonnenweise. Anni müsste brennen auf dem Kopf. Aber tut sie nicht. Sie ist nur ein bisschen kupfern. Backpulver über den Urin kippen und je nachdem, ob es schäumt oder nicht, Junge oder Mädchen. Das habe ich noch nie gehört. Wie krank ist das denn? Was macht ihr alles mit eurem Urin? Nein, kippt da nichts drauf. Also ihr solltet nicht Backpulver auf eurem Urin kippen. Wer kommt überhaupt jemals irgendwann auf die Idee? Ja, probiere ich es doch mal aus. Kippe ich da mal Backpulver auf meinen Pipi und dann gucken wir mal aus. Schäumt, ja? Was soll es beim Schäumen sein? Also, wenn es schäumt, ist ein Junge. Und dann irgendwie neun Monate später, oh ja, ist ein Junge. Ganz klar, ganz klassischer Fall. Ist ein Junge, es hat ja geschäumt. Hat geschäumt, ist ein Junge. Ähm, nee. Das stimmt nicht. Das hat auch rein biochemisch überhaupt keinen Sinn, warum es bei einem Jungen schäumen sollte und bei einem Mädchen nicht. Ihr müsst nichts auf euren Urin kippen. Es gibt ja auch tolle Schwangerschaftstests, die das rauskriegen, ob du Junge oder Mädchen hast. Ja. Man darf nicht schwanger auf eine Beerdigung gehen. Okay, das kenne ich auch noch nicht. Warum? Weil dann das Kind Schaden nimmt? Ich glaube eher, das ist doch ein, ich sehe das immer so positiv, ich finde das eher einen schönen Kreislauf. Einer geht und der nächste kommt. Also, ich finde das eigentlich auch für die Beteiligten da, oder? Jeder war, glaube ich, schon mal auf einer Beerdigung. Wenn da jemand steht mit einem dicken Bauch, ist das doch eher so ein Schmunzeln innerlich, oder? Tja, so ist das Leben. Einer geht, einer kommt. Also, geht ruhig schwanger auf Gebärdigung. Das macht nichts mit eurem Kind. Oh, das ist super, Mythos. Das habe ich tatsächlich in live schon mal gehört. Ich wäre fast vom Glauben abgefallen. Also, es ist möglich, wenn man schwanger ist, nochmal schwanger zu werden. Also, quasi, wenn man schwanger ist, Baby im Bauch, und man hat Sex und wird dann nochmal schwanger, ist quasi, also, das eine Kind ist dann, weiß ich nicht, in der 30. Woche und das nächste ist in der 4. oder 5. Woche. Wie krank ist diese Vorstellung? Und nein, um das vorwegzunehmen, ist es nicht möglich. Es ist einfach rein medizinisch, anatomisch, physiologisch unmöglich. Alter, was ist, wenn man dann echt oft Sex hat in der Schwangerschaft? Ach du Scheiße, ist das doch wirklich? Wie so eine Spinne, so ein Stock, so ein Babystock in der Gebärmutter. Jetzt artet das aus. Ich glaube, wir müssen jetzt abbrechen. Hier ist auch genug. Ich glaube, es reicht an Mythen. Ich hoffe, du bist ein bisschen schlauer geworden. Ich bin es auf jeden Fall. Gerade diese Urin-Backpulver-Geschichte hat mich doch sehr fasziniert und mitgenommen. Einen Mythos habe ich euch noch vorenthalten. Und zwar kann man sich auf so eine Geburt sehr gut vorbereiten. Und zwar mit diesem Kurs. Ich bin der schlechteste Mensch in Werbung machen. Wirklich. Ich kann es einfach nicht. Und ich möchte es auch eigentlich nicht. Aber da steckt so viel Arbeit drin. Und ich möchte es euch einfach nahelegen. Besucht meinen Kurs. Bucht ihn. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ihr dann eine bessere Geburt habt, weil ihr versteht, was da passiert. Versteht ihr? Das ist meine Art Werbung zu machen. Ich kann es nicht besser. Es tut mir leid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Seid entspannt schwanger und denkt nicht und glaubt nicht an solche Mythen, die wir gerade alle zum Besten gegeben haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.